1903, am 1. Mai, kehrt Rilke nach Paris zurück, bleibt zwei Monate und danach beginnt Rilkes jahrzehntelange Wanderschaft, Ortlosigkeit, quälende Suche nach Heimat. Jetzt lernt Rilke, der Gedichte auch in französischer Sprache verfasste, Dänisch. Er möchte Kierkegaard im Original lesen. Am 1. April 1904 schreibt er die ersten Zeilen des Malte, die Geschichte eines Dänen. Alles Nordische fasziniert ihn jetzt, er sehnt sich nach Norden, Weite und Wind. Ein Zufall kommt ihm zu Hilfe. Die schwedische Erzählerin Ellen Kay, mit der er zuvor schon korrespondiert hatte, lädt ihn nach Kopenhagen ein, zu einer Serie von Vorträgen. Er macht die Reise, kommt aber mit dichterisch-magerer Ausbeute zurück. Doch den Niederschlag dieser nordischen Erfahrung finden wir im Malte und in dem Band neue Gedichte. Im Sommer 1905, erweilt, wieder Zufall, als Gast der Gräfin Luise Schwerin auf Schloss Friedelhausen in Hessen, erreicht ihn eine Einladung von Rodin. Er bietet ihm Wohnung in seinem Haus in Meudon und wünscht ihn sich als Privatsekretär. Rilke akzeptiert und ist am 12. September wieder in Paris. Fast acht Monate hat er diese Stellung inne, mit einem monatlichen Salaire von 200 Francs. Es kommt zum Bruch mit dem Krankenmeister. Rilke, so sei es selber, fühlte sich fortgejagt. 1911 erklärte er in einem Brief an Lou Andreas Salomé, mit der der freundschaftliche Kontakt nach kurzer Unterbrechung fortgeführt wurde, was vorgefallen war. Ich habe so viel Beirrendes durchgemacht, Erfahrung wie die, dass Rodin in seinem siebzigsten Jahr einfach ins Unrecht geriet, als ob seine unendliche Arbeit nicht gewesen wäre. Dass da etwas miskin eine klebrige Kleinigkeit, wie er ähnliche früher gewiss zu Dutzenden aus dem Weg gestoßen hat, sich nicht die Zeit lassend mit ihm wirklich fertig zu werden, gelauert hatte und ihn spielend überwältigte. Und jetzt, Tag für Tag, sein Alter zu etwas Groteskem und Lächerlichem macht. Was soll ich mit solchen Erfahrungen anfangen? Nach der Trennung von Rodin findet er einen neuen Bewunderer, den Bankier und Schriftsteller Karl von der Heid. Danach nimmt sich Alice Fähndrich, eine Schwester der Gräfin Schwerin, seiner an und lädt ihn im Herbst 1906 für einige Monate in ihre Villa Discopoli auf Capri ein. Und hier entsteht eine Übersetzung. Die Hausherrin liefert Rilke täglich Rohübersetzungen der englischen Sonnets from the Portuguese von Elizabeth Barrett Browning. Später, 1913, überträgt er aus dem Französischen die portugiesischen Briefe, die Briefe der Mariana Alcoforado, die Briefe einer Nonne, Annoel Bouton, Graf von Saint-Léger, Marquis von Chamilly. Es sind fünf Liebesbillets, die künden vom Sterben oder Verwelken einer Liebe. Im letzten Brief sendet sie dem ehemaligen Geliebten, der sie verlassen, Briefe und Erinnerungsstücke zurück, reißt sich los von ihm und von ihrer Leidenschaft zu ihm. Ich kenne dieses Übermaß meiner Liebe erst, seit ich all diese Anstrengungen machen musste, mich von ihr zu heilen. Ich glaube, ich hätte nie den Mut gehabt, sie zu unternehmen, wenn sich hätte voraussehen lassen, wie schwer und schrecklich das sein würde. Es wäre auf alle Fälle eine mindere Qual für mich gewesen, dich weiterzulieben, trotz deines Undanks, als dich für immer aufzugeben. Ich entdeckte, dass ich nicht so sehr an dir hänge, als an meiner eigenen Leidenschaft. Du warst mir durch dein kränkendes Benehmen schon verhasst geworden, aber es war wunderlich, wie es mich leiden machte, gegen sie anzukämpfen. Der gewöhnliche Stolz der Frau hat mir nichts geholfen bei dem, was ich wieder dich zu beschließen hatte. Ach, deine Verachtung war mir schon geläufig. Ich hätte auch noch deinen Hass ausgehalten und alle Eifersucht, die möglicherweise deine Neigung für eine andere in mir hervorgerufen hätte. Es wäre doch etwas da gewesen, womit sich hätte ringen lassen. Was mir aber völlig unerträglich ist, das ist deine Gleichgültigkeit. Aus den unverschämten Freundschaftsversicherungen und den nichtssagenden Phrasen in deinem letzten Brief konnte ich merken, dass du alle meine Briefe empfangen hast. Du hast sie, weiß Gott, lesen können, ohne dass in deinem Herzen das Geringste sich rührte. Du Undankbarer! Die Werke Rilkes, in denen er wirklich mit dem Herzen denkt, und dieses Ziel will er erreichen, sind für mich seine stärksten. Also die Liebesgedichte und die Aufzeichnungen des Malte und die beiden Übersetzungen, die besser Nachdichtungen genannt werden sollten. Von 1906 bis zu seinem Tod, 20 Jahre später, lebt Rilke weiter sein rastloses Reiseleben, unternimmt Vortragsreisen durch ganz Europa, befreundet sich mit Marie Taxis, besucht Ägypten und Nordafrika. Er lernt Eleonora Duse kennen, Sigmund Freud, übrigens in München, und André Gide. Während des Ersten Weltkriegs verrichtete er seinen Dienst beim Kriegsarchiv in Wien bis 1916. Und 1919 finden wir ihn in der Schweiz, im Engadin. Vom 29. Juli bis zum 21. September weilt Rilke in Solio, wo er die Arbeit an seinem dichterischen Hauptwerk, den Duineser Elegien, wieder aufnimmt, die er in Duino begonnen hatte. Diese Gedichte waren 1912 in nicht minder großgegebener Einsamkeit an der Adria, in dem alten, im Krieg zerstörten Schloss Duino, nahe Triest begonnen. In Spanien und in Paris später fanden sich Zeilenstücke ein, und alles wäre wohl 1914 in Paris zur Leistung zusammengewachsen, wenn nicht die große Unterbrechung der Welt eingefallen wäre, die mich hatte erstarren und anstehen lassen. Was ich aus diesem langen Wesenswinter möchte gerettet haben, ich selber wusste es nicht, als ich endlich 1919 in die Schweiz mich flüchten konnte, als auf einen Boden, wo ein Natürliches und Argloses noch maßgebend war. Erfuhr es erst 1921 auf Müsat, im ersten dort einheimischen einsamen Jahr, als die durch die Umstände verhaltene Natur meines Gemüts in wenigen Wochen das unerhörte Wachstum erst des Ophäus, jeder Teil in drei Tagen, dann der Elegien, in seine vollendete Jahreszeit trieb, gewaltsam, mich fast zerstörend durch die Leidenschaft des Ausbruchs, und doch mit so viel Zartheit und Fügung sich gebarent, dass keine, denk, nicht eine vorentstandene Zeile nicht in den Platz einbezogen worden wäre, in dem sie natürliche Stufe war, Stimme unter Stimmen. Wie das anheilte, das vorige, mit schon etwas alternder Bruchstelle dem Glühenden so innig angelegt, so wieder aufglühend aus Nachbarschaft und unendlicher Verwandtheit, so nirgends eine Naht sichtbar blieb. Jubel und Sieg, Marina ohnegleichen, und dazu war dieses Übermaß von Einsamkeit nötig, in seiner Tödlichkeit. Rilke war im Fextal und begeistert. Er war in Silz und staunte, und er wohnte schließlich im Sales Schloss in Solio. 1921 wohnt er im Schlossturm von Müsat, schreibt Briefe, vollendet die Orpheus-Sonette, die Duineser Elegien, übersetzt Valerie und legt im Schlossgarten einen Rosengarten an. 1923 erscheinen die Duineser Elegien, 1925 Rilkes letzter Paris-Aufenthalt, er schreibt dort französische Gedichte. Im selben Jahr, er hat schon einige Klinikaufenthalte hinter sich, schreibt er sein Testament und bestimmt die Zeile Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu ein unter so viel Liedern, als Epitaph. Im Sommer 1925 beginnt er einen Briefwechsel mit Marina Svetajeva und widmet der verehrten Dichterin eine Elegie. Kurz darauf diagnostizieren die Ärzte Leukämie. Rilke reagiert mit Dichtung. Komm du, du Letzter, den ich anerkenne, heilloser Schmerz. Am 29. Dezember 1926 stirbt Rainer Maria Rilke und wird am 2. Januar an der Bergkirche von Rarand beigesetzt. Enden möchte ich mit den Duineser Elegien, mit dem Beginn der 10. Elegie, also mit einem Stück aus dem Meisterwerk, das zu Recht Hölderlins Spätwerk an die Seite gestellt wird. Mit diesem Werk, das eine Seins- und Lebenslehre und in dem die Grenze zwischen Leben und Tod aufgehoben ist, die Alleinheit von Dasein beschworen wird. Der Rhythmus, getragen von großen Bögen, die reimlose Langzeile, sind Rilkes formale Mittel. Rilke in der Tradition von Klopstock und Goethe und doch ganz eigenständig groß. Die Engel in diesen Elegien sind übrigens keine christlichen im Himmel, sondern, so wollte es der Dichter, sie ähneln eher den Engelsgestalten des Islam. Und er feiert wieder die Liebe, das Geschlecht, das schöne Geschlecht, das das Christentum verhehlt habe, jahrhundertelang. Und hier in jener Liebe, die sie mit einem unerträglichen Ineinander von Verachtung, Begehrlichkeit und Neugier die Sinnliche nennen, hier sind wohl die schlimmsten Wirkungen jener Herabsetzung zu suchen, die das Christentum dem Irdischen meinte bereiten zu müssen. Hier ist alles Entstellung und Verdrängung, obwohl wir doch aus diesem tiefsten Ereignis hervorgehen und selber wieder in ihm die Mitte unserer Entzückungen besitzen. Warum hat man uns das Geschlecht heimatlos gemacht, statt das Fest unserer Zuständigkeit dorthin zu verlegen? Gut, ich will zugeben, es soll nicht uns gehören, die wir nicht imstande sind, so unerschöpfliche Seligkeit zu verantworten und zu verwalten. Aber warum gehören wir nicht zu Gott von dieser Stelle aus? Hier nun die zehnte Elegie. Dass ich, der einst an dem Ausgang der grimmigen Einsicht Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln, dass von den klar geschlagenen Hämmern des Herzens keiner versage an weichen, zweifelnden oder reißenden Seiten, dass mich mein Strömen des Antlitz glänzender mache, dass das unscheinbare Weinen blühe. Oh, wie werdet ihr dann Nächte mir lieb sein, Gehärmte, dass ich euch kniender nicht untröstliche Schwestern hinnahm, nicht in euer gelöstes Haar mich gelöster ergab. Wir, Vergeuder der Schmerzen, wie wir sie absehen, voraus, in die traurige Dauer, ob sie nicht enden vielleicht. Sie aber sind ja unser winterwähriges Laub, unser dunkeles Sinngrün, eine der Zeiten des heimlichen Jahres, nicht nur Zeit, sind Stelle, Siedelung, Lager, Boden, Wohnort. Ein letzter Vers aus den Elegien Nirgends geliebter wird Welt sein als innen.